moin alle miteinander willkommen zurück auf meinem kanal es ist freitag und damit zeit für eine neue folge frageinschulden diese und ich habe hier eine spannende frage bekommen die dort lautet was ist mit suggestionen vor einer lerneinheit dass man entspannt und mit leichtigkeit den stoff aufnehmen kann gibt es da random hallo alle miteinander willkommen zurück auf meinem kanal ich habe wieder eine spannende frage bekommen die ich euch gerne beantwortet denn es ist ja freitag und damit zeit für frageinschulden diese die frage lautet was ist mit suggestion vor einer lerneinheit dass man entspannt und mit leichtigkeit den stoff aufnehmen kann gibt es da randomisierte kontrollierte studien die sowas untersuchen und es von einem placebo abgrenzen die antwort ist ja dazu gibt es mehrere studien aber erstmal zum allgemeinen es ist allgemein bekannt dass man wenn man entspannt ist besser lernen kann besser aufnahme fähig ist und hypnose ist ja ein sehr entspannter zustand das ist übrigens ein hauptgrund wieso ich beziehungsweise auch viele anderen immer wieder das deutsche schulsystem kritisieren weil dort sehr viel druck aufgebaut wird gerade für menschen die nicht so schnell im lernen sind und wenn man druck aufbaut wenn ich sehe was sich leute für panik machen vor den abiturprüfungen auch im studium später als ich studiert habe ich sehe wie die leute durchgedreht sind vor prüfungen im musikbereich und dann zehn stunden am tag ohne pause geübt habe wo ich mir denke es ist so ineffektiv weil man halt dem kopf auch entspannungszeiten gönnen muss und wenn man entspannt ist kann man wie gesagt viel viel besser lernen arbeiten und sich an dinge erinnern aber egal das ist eine andere story ich habe es vor einigen ja einigen monaten hier auf dem kanal glaube ich schon mal ein video dazu gemacht oder habe ich es nicht getan es kann sein dass ich es auch nur in meiner präsentation zum thema hypnose drin habe es gibt mehrere studien dazu und ich eine studie die ich sehr sehr gut finde ist die learning in terms functional brain imaging studies and neuropsychology ja genau aussprache will gelernt sein auf jeden fall die ist von ulrike halsband ulrike halsband sitzt an der universität in freiburg in deutschland und ich verlinke euch die studie einfach mal ich breche das mal ganz kurz runter man hat zwei gruppen gehabt man hat diesen gruppen wortpaare gegeben die sie sich merken mussten sowas wie hund und stein katze und bleistift was weiß ich und dann gab es eine phase in der die leute sich sozusagen diese wortpaare merken mussten und eine phase da gab es einen nennen wir es prüfer der hat ein wort gesagt man muss das passende wortpaar dazu entsprechend einwerfen das wurde gemacht mit leuten die hypnotisiert waren als auch mit leuten in einem normalzustand und man hat gemessen man hat hirn aktivitäten gemessen und dort gibt es einige ganz spannende resultate wir sehen nämlich hier zum einen ein gehirn oben sieht man in der prozess wo das gehirn von einer nicht hypnotisierten person sachen speichert unten sehen wir welche hirnregionen aktiviert sind wenn entsprechend die kodierung abgerufen wird also wenn das wortpaar abgerufen wird und jetzt können wir das ganze mal vergleichen mit einer person die in hypnose ist spannend oder die hirn aktivität wird eindeutig viel viel höher sowohl beim abspeichern als auch beim abrufen und es treffen zufällig halt die bereiche im kopf die zuständig sind für datenverarbeitung für erinnerungen für emotionen und das ist sehr sehr spannend so und diese studie hat entsprechend dann wirklich nachgewiesen dass man mit hypnose das lernverhalten verbessern kann wie gesagt ich verlinke sie euch guckt sie euch einfach mal an allerdings kommt das natürlich auch irgendwo an seine grenzen ich kann jetzt natürlich nicht jemand unter hypnose setzen ich lese dem ganzes buch vor und er hat das ganze buch im kopf wenn das funktionieren würde wäre es super hypnose ist einfach nur eine hervorragende technik lerntechnik die man nutzen kann aber muss natürlich auch ein bisschen selbst arbeiten das schöne sprichwort im schlaflernen naja das wäre schön wenn das klappt aber so einfach funktioniert es dann doch nicht es gibt übrigens noch ein zwei weitere spannende studien die sich mit dieser ganzen thematik beschäftigt haben zum beispiel von john f killstrom hypnosis memory and amnesia amnesia also gedächtnisverlust und die habe ich auch mal verlinkt der kommt zum entschluss ja also ich kann mit hypnose jetzt ein kopf nicht zum powerbrain umbauen dass man sich wirklich alles merken kann aber es gibt durchaus effekte die auf unseren kopf förderlich einwirken und wie gesagt entspannung ist da ein ganz großer punkt und das funktioniert mit hypnose halt sehr gut weil hypnose ein entspannungszustand ist ja ich hoffe ihr konntet mit dieser idee ein bisschen was mitnehmen ja vielleicht interessiert euch ja mal eine hypnose cd die das effektivere lernen anregt denn das ist es ist nicht besseres lernen sondern einfach effektiveres lernen schreibt gerne mal in die kommentare und vielleicht mache ich dazu mal eine cd wenn ihr noch fragen habt auch gerne in die kommentare damit vergesst nicht ein abo für diesen kanal da zu lassen vielleicht schaffen wir dieses ja noch die 4000 und dann sehen wir uns im kommenden in der kommenden ja genau in der kommenden woche wieder also bleibt dran wenn ihr genau schaut werdet ihr feststellen dass die verlinkten studien alle hinter paywalls versteckt sind ihr seht einfach nur eine übersichtsseite und ich finde das ist eine ganz ganz schwierige sache denn ich bin eigentlich der meinung wissenschaft muss frei für jeden menschen auf diesem planeten zur verfügung stehen wie dem auch sei das ist ein ärgernis was viele studenten haben sie bräuchten studien für ihre doktorarbeit für ihre master bachelor arbeit kommen da nicht dran weil sie hinter paywalls versteckt sind da gibt es einen ganz kleinen trick den ich euch erläuter man ist sich nicht ganz einig ob der legal ist oder illegal aber was ihr macht kann ich ja selbst nicht beeinflussen und zwar jede studie hat wenn ihr genau schaut eine doi nummer das ist eine nummer die jeder studie zugewiesen wird die sozusagen diese studie weltweit identifiziert und es gibt eine website die nennt sich sei hab wenn ihr googelt sci minus hub hub p p p p p dann findet ihr eine website und wenn ihr dort die doi nummer eingibt durch sucht diese website automatisch das internet nach kopien dieser studien und irgendwo findet diese website fast immer eine kopie und schwupps seid ihr an der pdf dran und könnt die pdf sehen und müsst dafür nicht hunderte von euros ausgeben man streitet sich bis heute ob das ganze legal ist oder nicht aber ist ja auch wurscht wie gesagt ich bin der festen überzeugung wissenschaft muss frei zugänglich für jeder mann und jede frau sein also in dem sinne dort könnt ihr euch die studien dann entsprechend runterladen und angucken ich kann die pdf dateien hier leider nicht direkt verlinken das wäre nämlich verboten also in dem sinne viel spaß mit diesem kleinen heck und